Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Learning by Watching. Und ja, heute geht es mal um das Thema Aktien und wir beschäftigen uns heute einfach mal mit der Frage, was sind Aktien überhaupt? Und ja, falls euch das Video interessiert, dann gerne bis zum Ende dranbleiben und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt jetzt an. Und ja, als erstes stellt sich natürlich wieder die Frage, was sind Aktien überhaupt? Also das Wort Aktie beschreibt vereinfacht gesagt im Prinzip einen Prozentsatz des Unternehmens. Das bedeutet nichts anderes, dass wenn man eine Aktie kauft, hat man sozusagen auf dem Papier einen Teil des Unternehmens gekauft. Jedoch ist das halt so gering, dass man keine Rechte bzw. keine Entscheidungen in einem Unternehmen treffen kann. Vielleicht hört sich das jetzt ganz ein bisschen kompliziert an, aber man muss sich einfach so vorstellen. Angenommen, man ist jetzt ein Unternehmer und sagt sich, ich möchte jetzt gerne an die Börse sozusagen gehen. Dann entscheidet man, man möchte 20% seines Unternehmens an die Börse bringen. Und das wird dann in einzelne Aktien aufgeteilt. Und die Aktien beschreibt, also eine Aktie beschreibt jeweils einen Mini-Prozentsatz des Unternehmens. Und dann können sich halt Privatpersonen oder halt auch Aktienmakler sozusagen eine Aktie kaufen. Und somit haben die Leute halt einen Prozentsatz des Unternehmens gekauft. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs gut verständlich. Wenn nicht, dann schreibt es mal in die Kommentare und dann versuche ich es nochmal irgendwie anders zu erklären. Aber ich glaube, wenn man sich einfach vor Augen hält, dass so eine Aktie einfach ein Mini-Teil des Unternehmens ist, dass man selbst kaufen kann und wieder verkaufen kann, dann sollte es eigentlich ziemlich einleuchtend sein. So und noch eine Eigenschaft der Aktie ist im Prinzip, dass sie einen Kurswert hat. Das ist im Prinzip auch der Wert einer Aktie. Und mit Aktien kann halt an der Börse oder wird momentan auch an der Börse viel Geld verdient, überall in der Welt. Ganz berühmt ist natürlich die Börse in Frankfurt oder zum Beispiel auch in New York, also in der Wall Street. Und ja, dann stellt man sich natürlich die Frage, wozu sind Aktien überhaupt so wichtig? Aktien sind sozusagen einer der wichtigsten Faktoren im Unternehmertum sozusagen. Ein Unternehmen geht in den meisten Fällen halt an die Börse, um Geldkapital zu bekommen. Vielleicht versteht der eine oder andere den Satz jetzt nicht, aber ich erkläre ihn nochmal. Also ein Unternehmen entscheidet sich meist an die Börse zu gehen, um an Geldkapital zu kommen. Also an die Börse zu gehen ist nichts anderes, als sich zu entscheiden, ich gebe einen gewissen Prozentsatz meines Unternehmens ab und verkaufe ihn sozusagen. Und das Verkaufen tut er halt ganz einfach, um an Geld zu kommen. Geldkapital ist nichts anderes als Geld. Mit dem Geld versucht er dann natürlich wahrscheinlich sein Unternehmen zu vergrößern, zu expandieren oder generell weiterzukommen in seinem Business sozusagen. Und das ist halt das Wichtige für Unternehmer, denn dadurch haben sie mehr Geldkapital, können expandieren, können neue Leute einstellen und so weiter. Und das macht halt sozusagen die Börse so wichtig, da man keinen Kredit oder sowas aufnehmen muss, sondern einfach einen Teil seines Unternehmens abgeben kann, der aber jedoch so gering ist, dass halt die Leute einzeln nicht wirklich was in deinem Unternehmen sozusagen bewirken können, sondern du ganz normal weiterarbeiten kannst, nur mit mehr Geld sozusagen. Ja und vereinfacht gesagt, es ist einfach, durch Teilverkäufe des Unternehmens wird dem Unternehmer Geld zur Verfügung gestellt. Falls eine Aktie im Kurs steigt, kann man als Aktionär daran mitverdienen. Warum steigt denn eine Aktie zum Beispiel? So, da muss man ganz einfach nachdenken. Ich glaube die meisten, die das gucken, die hatten auch schon mal Politik oder Sozialwissenschaften. Und ja, also eigentlich das, was die Wirtschaft sozusagen regiert, ist im Prinzip die Nachfrage und das Angebot sozusagen. Das ist auch zum Beispiel, wenn, ganz vereinfacht, was man oftmals in Politik zum Beispiel als Beispiel hat, ist ja der Wochenmarkt. Also wenn man zum Beispiel jetzt einen Verkäufer als Bauern hat und man hat jetzt eine Ernte, die man verkaufen möchte auf dem Bauernmarkt. Angenommen, du verkaufst Erdbeeren und die Ernte war jetzt nicht so ertragreich, also das heißt, du hast wenige Erdbeeren wirklich ernten können, dann sind die ziemlich selten. Weil, du hast nicht jetzt so die Menge, dass man sagt, man hat jetzt irgendwie mehr als in den letzten Jahren zum Beispiel. So, das geht dann wahrscheinlich nicht nur dir so, sondern auch den anderen Bauern, die auf dem Markt verkaufen wollen. Und daher, dass halt die Nachfrage trotzdem so hoch ist, wie in den letzten Jahren und das Angebot im Prinzip. Ja und so durch werden halt die Bauern höchstwahrscheinlich den Preis anheben, weil sie einfach weniger zur Verfügung haben, aber trotzdem die gleiche Nachfrage haben. Das ist das gleiche, wenn auch viel verfügbar ist, sozusagen geht der Preis runter. Genauso ist es auch im Prinzip mit den Aktien. Das heißt, wenn die Nachfrage hoch ist, also zum Beispiel unter einem Unternehmen, wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel Amazon. Wenn Amazon also viel verkauft, also viele Produkte verkauft, gute Deals mit anderen Firmen, zum Beispiel Kooperationen, sei es im Amazon Prime Bereich oder sowas macht, dann steigt halt eine Aktie, weil das Unternehmen hat mehr Erfolg, hat mehr Umsatz, hat gute Deals vielleicht abgeschlossen. Dadurch wird halt ein Unternehmen sozusagen, hat einen höheren Wert, weil es einfach dann wahrscheinlich mehr Geld verdient und somit steigt halt der Wert eines Unternehmens. Und die Aktie, ja kann man fast sagen, ist, also eine Aktie spiegelt sozusagen den Wert eines Unternehmens so ein bisschen wider. Da muss man natürlich auch gucken, wie ich euch gerade eben erklärt habe, wenn eine Firma zum Beispiel viele Aktien rausgegeben hat, also viele Aktien zu verkaufen hat, dann ist der Wert auch meistens etwas geringer, als jetzt zum Beispiel, wenn eine Firma wenige Aktien zur Verfügung gestellt hat. Und genau deswegen ist es halt eine gute Art zu investieren. Außerdem muss man ganz ehrlich sagen, Aktien schaffen neue Arbeitsplätze, zum Beispiel an der Börse, also zum Beispiel Börsenmakler oder halt Leute bei der Sparkasse, bei der Volksbank, bei sonst irgendeiner Bank, wo ihr seid, da gibt es immer Leute, die sich mit Aktien und mit der Börse beschäftigen. Und wahrscheinlich werden eure Omas und Opas, die wahrscheinlich, ja auch in ihre Rente sozusagen investiert haben, die werden wahrscheinlich auch schon mal was mit der Börse zu tun gehabt haben. Und ja, jetzt gucken wir uns nochmal an, welche Indexe und welche Aktien es denn gibt. Relativ große. Also ich denke mal, die meisten von euch sollten den DAX-Index kennen. Das ist im Prinzip ein Index. Index heißt nichts anderes, als dass es jetzt nicht zum Beispiel, also eine Aktie beschreibt immer nur zum Beispiel ein Unternehmen oder ja, es gibt auch sowas wie Ressourcen, das heißt man kann auch in Gold zum Beispiel investieren. Jedoch, also ein Index ist im Prinzip, da kann man rein investieren und dieser Index beschreibt ein Portfolio. Portfolio ist nichts anderes, als eine Sammlung von Aktien. Das heißt, man investiert dann in den Index rein, aber in dem Index sind mehrere Aktien verfügbar. Das heißt, man investiert das Geld nicht nur in eine Aktie, sondern im Prinzip in so, keine Ahnung wie viele momentan DAX drin sind, aber in 30, 40, 50 Aktien. Und das ist halt dann schon vergleichbar mit der aktuellen Wirtschaft in Deutschland, da der DAX vor allen Dingen halt in deutsche Produkte investiert und so sieht man halt auch immer so ein bisschen die aktuelle Wirtschaft in Deutschland. Und die China A50 ist so ein bisschen der gleiche Index halt nur für China. Da werden halt auch vor allen Dingen, also in diesem Index sind sozusagen auch fast nur chinesische Firmen angesiedelt. So, dann haben wir noch Amazon, also ich denke mal, die Aktie sollte jeder von euch kennen. Also ein Online-Shop im Prinzip, Apple, Elektronikmarke, Coca-Cola-Getränk, Starbucks. Starbucks muss man ganz ehrlich sagen, Starbucks hat eine ziemlich, ziemlich, ja, gute Aktie. Vor allen Dingen in letzter Zeit ist halt Starbucks ziemlich in die Höhe geschossen mit dem Aktienwert. Und, ja, so Nestle ist ein Lebensmittelhersteller. Vielleicht kenne ich hier dann Nestle, aber ich denke mal, ihr habt zu Hause jetzt in dem Moment wahrscheinlich 30 Produkte, die von Nestle sind. Also unter Nestle versteckt sich zum Beispiel etwas wie Müsli oder sonst was. Also da gibt es tausende Untermarken, die noch dabei sind. Also Nestle ist, glaube ich, mit Mars die größte Lebensmittelhersteller-Marke sozusagen. Und, ja, Nestle ist auf jeden Fall auch eine gute Art zu investieren. So, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst noch gerne ein Abo da und dann würde ich sagen, haut da rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.